Zieht Anna Ermakova nach ihrem Erfolg bei »Let's Dance« nach Deutschland? Das Model hat mit RTL über ihre Umzugspläne gesprochen. Dortmund, Anna Ermakova steht im Finale von »Let's Dance«. Die Tochter von Boris Becker und Angela Ermakova zählte von Anfang an zu den Favoritinnen. Der RTL-Show, unter anderem stand sie bei Konkurrentin Julia Beautix auf dem Zettel. Wegen der Sendung ist die 23-Jährige seit Monaten in Deutschland. Vielleicht bleibt sie nun sogar dauerhaft. Umzug nach Deutschland Eins steht »Let's Dance« – Star Anna Ermakova im Weg. Eigentlich wohnt Anna Ermakova in London. Wegen ihrer Teilnahme bei »Let's Dance« ist sie aber seit mehr als drei Monaten in Deutschland. In dieser Zeit hat sie das Geburtsland ihres Papas Boris Becker ins Herz geschlossen. Einen Umzug könnte sie sich deshalb glatt vorstellen, wäre da nicht eine Hürde zu bewältigen. Im Interview mit RTL verriet Anna »Aber first, ich muss Deutsch besser lernen« Wegen des intensiven Trainings für »Let's Dance«, welches durch ihre skoliose Erkrankung ohnehin erschwert wird, hat das Model aber nur wenig Zeit. Um die Sprache besser zu lernen, hinzu kam der wachsende Druck von Sendung zu Sendung, wie sie weiter gestand. Sollte Anna Ermakova die Sprachbarriere eines Tages bewältigen, steht sie natürlich nicht alleine da. Obwohl ihr Papa Boris Becker zuletzt verraten hat, dass er inzwischen seinen Wohnort ins Ausland verlegt hat, wie tz.de berichtet. Dafür hat die 23-Jährige aber gute Freunde gefunden. Sehr, sehr gute Freunde geworden. Valentin Lusin schwärmt von Anna Ermakova. Bei »Let's Dance« tanzt Anna Ermakova Woche für Woche mit Profi Valentin Lusin. Die beiden verstehen sich nicht nur auf der Tanzfläche prächtig. Auch Valentins Frau, Profitänzerin Renata Lusin, sieht in Anna eine echte Freundin. Wie gut dich das Trio versteht, hat der Profitänzer gegenüber RTL verraten. Mehr Promi und TV-News auf Ruhr24. Ich glaube, wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde geworden. Ich glaube, du hast auf jeden Fall immer einen Bezugspunkt mit Renata und mir in Deutschland. Komm uns gerne besuchen, du bist immer eingeladen und dann helfen wir dir auch bei allen anderen Sachen, die es hier so gibt, erklärte Valentin Lusin. Es scheint, als wäre da eine wirklich innige Freundschaft entstanden. Sollte Anna Ermakova also entscheiden, irgendwann nach Deutschland zu ziehen, die Lusins stehen ihr mit Rat und Tat zur Seite. Sollte Anna Ermakova ist. Sollte Anna Ermakova ist. Untertitelung des ZDF, 2020